Wo ist er denn da? Ja, wo hopft er denn da? Ha? Komm her, mein Schatzi. Ha? Haben Sie? Komm her, mein Hansi-Pierli. Haben Sie? Wo hast du mich jetzt hierzene legen? Na, dann geh einmal. Na, die Höhle, da wird das Nudelkopf reinpassen. Na, schauen wir mal. Ja, hallo, Schatzle. Ha? Na, sag ich dir jetzt, ja? Ich habe ihn nur auf der anderen Seite auslassen müssen. Dann muss er doch immer hoppeln, gell? Weil nur im Terrarium sitzen die ganze Nacht, wenn ich keine Zeit habe, das darfst du mir nicht. Ich muss dich schon da her sitzen, spülen dürfen. Ja, so, komm mal, komm her. Ha? Hansi? Ja, da wohnt er auch, gell? Das ist auch bewohnt, ja. Du bist nicht allein in der Nacht. Das kann man nicht sagen, dass du allein wohnst. Hm? Da hinten aus der Wasserschüssel. Ja, geh doch, der Wasserschüssel. Die hauen wir nämlich auch nicht um. Hm? Dickmann. Sehr was mit Brummel. Sehr was mit Brummel. Ja, schöner Wussi. Hm? Ja, gut denn. Gut denn. Hm? Hallo? Hallo? Die boboosia? Es ist auf woß, so Trinklö? Die boboosia? Kom her, jathe. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, ist das nicht schön, hm? Ja, so fein, so fein, hm? Schau mal, da haben wir ein paar lecker Legos hingehen, hm? Schau mal. Na, komm her, hm? Na, schau mal. Hallo, mein Pippi, hallo. Hm? Hm? Hallo, mein Pippi, hallo. Hallo, mein Pippi, hallo. Hm? Hm? Aha, gehst du ihn besuchen? Hm? Jetzt wieder mehr hier, die Kuschel, hm? Fein. Hm? Fein. Ja, da wohnt er auch, ja, gell? Ach so, er kommt von da, wo er wohnt. Er wird aber dreischauen, wenn du mit deinem Monsterkopf da rein schaust. Hm? Macht nichts, gell? Nee, die kennen die Hunde. Mirjann mag's auch nicht. Hm? 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 Ja. Ja.